moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem crispy chicken von burger king da ist der kleine ich habe noch gürkchen drauf machen lassen und als geheimtipp nehmt auch mal ein paar zwiebeln dazu aber allererstens schauen uns mal an wie viel wiegt unser freund denn hier genau 150 gramm das ist ja ein kleiner futzi ja gut er wird aber als vollpreisburger verkauft huiuiui aber egal was sagt pk dazu der crispy chicken hat alles was man von einem exzellenten chicken burger erwartet knusprig pikantes chicken mit knackigem salat und frisch geschnittenen tomaten ein übertroffenes meisterwerk und übertroffenes meisterwerk würde ich jetzt nicht sagen die brennwerte sind 1265 kilojoule das sind 511 kilokalorien für so einen kleinen süßen schnucki 31,5 gramm fett davon 6,1 gesättigt 39,7 gramm kohlenhydrate davon 5,2 gramm zucker 16,5 eiweiß gut für die muckis und 2,2 gramm salz nicht so viel salz also das teil hat potenzial ist nur wirklich viel zu klein der süße wenn er im angebot ist gute wahl wenn er nicht am angebot ist dann nur etwas für super krasse liebhaber denn die panade ist schon anders als normal sie hat nämlich so cornflakes drin ich bewerte diesen burger mit acht von zehn punkten weil er schmeckt wirklich es ist zu empfehlen ihn zu essen ich finde nur etwas klein dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal so und so